Ja, ein herzliches Dank an Stefan Hisz und schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend hier auf dem Stuttgarter Marktplatz. So, ich habe es vorhin schon gesagt, 226. Montagsdemo. Mein Name ist Matthias von Herrmann von den Fahrtschützern und ich will heute mal mit einem Fundstück aus dem Internet beginnen. Das ist nicht ganz neu, aber es hat mich doch sehr ermuntert. Da steht nämlich das umstrittene Großbauprojekt Stuttgart 21 verzögert sich immer weiter und wird immer teurer. Das kennen wir ja. Kein Wunder also, dass erstmals der Punkt erreicht ist, an dem eine Anhebung der gesamten Stuttgarter Innenstadt weniger kosten würde als die Fertigstellung des geplanten Tiefbahnhofs. Dies, dies geht aus einem neuen Gutachten hervor, das heute veröffentlicht wurde. Bei der im Gutachten vorgeschlagenen Alternative Stuttgart 32 würde das alte Stuttgarter Bahnhofsgebäude in seiner derzeitigen Form weitgehend erhalten bleiben. Um dennoch einen unterirdischen Bahnhof zu erhalten, würde jedes einzelne Gebäude, jeder Platz und jede Straße in Stuttgart Mitte, Nord, Süd, Ost und West um etwa 32 Meter angehoben und die darunter entstehende Lücke mit Erde, Bauschutt und Juchtenkäfern aufgefüllt werden. Gutachter Frank Zöller, der die Studie im Auftrag des Baden-Württembergischen Verkehrsministeriums durchführte, erklärt, das klingt vielleicht kompliziert, wäre aber einfacher und schneller und rund 100 Millionen Euro günstiger, als diesen Albtraum von einem Bahnhof unter die Erde zu bringen. Die Einsparungen kämen laut Gutachten von unter anderem dadurch zustande, dass die benötigten Eisenbahntunnel bei der Aufschüttung Stuttgarts gleich mit eingebaut werden könnten. Auch ein oder zwei neue U-Bahn-Linien könnten quasi nebenbei kostengünstig realisiert werden. Obwohl jeder Stuttgarter für die Zeit der Anhebung seines Wohngebäudes für etwa zwei Wochen ausquartiert werden muss, ergab eine Blitzumfrage des Meinungsforschungsinstituts Opinion Control eine breite Zustimmung von 94 Prozent für die im Gutachten genannte Alternative, allerdings nur, weil Stuttgart dann exakt einen Meter höher läge als Freiburg. So, kommen wir zurück zur Realität und zu den vielen Tunneltaufen, die es in der nächsten Zeit gibt. Tunneltaufen brauchen uns aber nicht zu ängstigen und sind keine wirklichen Probleme, denn wir sehen es mit den vergangenen Tunneltaufen. Dort wurde zwar ein Tunnel getauft, aber weiter passiert nichts. Beispiel ist Stuttgart-Wangen, Tunneltaufe am 4.12.2013, bis heute kein Meter gegraben. So sieht es aus bei Stuttgart 21. Beginnen wir mal mit den negativen Auswirkungen, nämlich auf die Stadtbahn hier in Stuttgart, die bisher noch eigentlich gut funktioniert, das drohende Stadtbahnchaos. Diese Stadtbahn-Kampagne, die wir seit einigen Monaten fahren, ist eine richtige Mitmach-Kampagne, wo sich viele von Ihnen auch schon eingetragt haben und viele von Ihnen sich weiter einbringen können. Die Senioren gegen Stuttgart 21 haben vor ein paar Wochen einen ganz wichtigen Teilerfolg errungen und zu einem Teilerfolg beigetragen. Wir haben es nämlich inzwischen schriftlich vom Polizeipräsidium, dass das Verteilen von Flugblättern, zum Beispiel über das drohende Stadtbahnchaos, auch in SSB-Haltestellen erlaubt ist und damit das Recht auf freie Meinungsäußerung möglich ist. Nachzulesen auf BAA. Ein richtiger Teilerfolg, ein richtiger Teilerfolg, um Weisog Flyer zum Drohenden Stadtbahnchaos, um das Volk zu bringen. Und seit ein paar Wochen gibt es einen neuen Flyer, Sie kennen ihn sicher schon, einen Fahrrad drauf. Und dieses Fahrrad ist deswegen drauf, weil noch tatsächlich zwei SSB-Aufsichtsräte, das beim drohenden Stadtbahnchaos empfohlen haben, sich dann halt aufs Rad zu setzen, wenn die Bahn nicht mehr fährt. So weit ist die Kapitulation von SSB-Aufsichtsräten vor Stuttgart 21 schon gediehen. Und das kann und darf nicht sein. Deshalb müssen wir weitermachen. Deshalb müssen wir dranbleiben an diesem Thema. Und es gibt auch bei der Stadtbahnkampagne schon eine ganze Reihe von Erfolgen. Plötzlich muss die SSB Infos bekannt geben, die sie eigentlich ohne unseren Druck gar nicht bekannt geben will. Und diese Infos sind dermaßen vage und wachsweich, dass klar ist, auch die SSB weiß eigentlich überhaupt nicht, was sie da sagen soll. Sie sagt halt irgendwas. Und auch Zeitungsrelakteure schreiben dann nieder, dass das, was die SSB da sagt, komisch und windelweich und nicht zu verstehen ist. Das heißt, unser Druck wirkt. Die SSB muss plötzlich im Bezirksbeirat Süd antanzen und das drohende Chaos erklären, muss erklären, dass Stuttgart Süd und Hessdorf eventuell abgehängt wird durch Stuttgart 21. Setzen wir also weiterhin den SSB-Vorstand in Bewegung gemäß dem Motto der SSB Menschen bewegen Menschen. Mehr zur Stadtbankkampagne hören Sie sicher in den nächsten Wochen wieder hier von der Bühne auf der Montagsdemo. Und diesen Fahrradflyer, von dem ich gerade gesprochen habe, den gibt es zuhauf am Partschützerstand. Decken Sie sich ein, verteilen Sie ihn in den SSB-Haltestellen, auch in den U-Haltestellen, an Ihre Mitbürger, um diese zu informieren vor dem drohenden Stadtbankchaos. So, jetzt der Bürgerbrief, ruft hier Peter Bromann dazwischen. Und von mir gibt es noch Infos zum Verfahren und die Begehung des GWM-Geländes vor drei Jahren. Sie erinnern sich, am vergangenen Donnerstag vor drei Jahren, nämlich am 20.06.2011, endete die Montagsdemo vor dem Südflügel. Plötzlich war der Zaun nicht mehr da zum GWM-Gelände und Hunderte, wenn nicht gar tausend Menschen, standen auf dem GWM-Gelände. Danach zog die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium mit einer ungeheuren Ermittlungsaktion wegen unserer Bewegung vor. Und nachdem, da gab es ein erstes Verfahren und nachdem die Staatsanwaltschaft sogar ihre Revision jetzt zurückgezogen hat, nach diesem Abschluss des Verfahrens, hat auch der Bundesgerichtshof und der Bundesgerichtshof die Revision der Angeklagten abgewiesen hat, ist das erste Verfahren um diesen 20.06.2011 abgeschlossen. Ich erzähle Ihnen das Ganze gleich, das werden wir, warum ich es Ihnen erzähle, werden Sie gleich erfahren und verstehen. Durch diesen Abschluss, das ist erstens vom ersten Verfahrens, ist nun auch in Stuttgart klar, wer mit anderen zusammen auf ein Baugelände geht und dort eine Weile rumsteht, begeht vielleicht Hausfriedensbruch, aber er begeht keinen Landfriedensbruch und schon da keinen schweren Landfriedensbruch. Das ist der Erfolg dieser Verfahrens. Die Neuigkeit von heute betrifft nun alle, die zwar am 20.06. auf dem GBM-Gelände waren, sich aber nicht am Öffnen des Bauzauns oder anderen Sachbeschädigungen beteiligt haben. Es zeichnet sich nämlich die Möglichkeit ab, die Verfahren, die laufen, unter gewissen akzeptablen Bedingungen abzuschließen. Wer an so einem Abschluss seines Verfahrens interessiert ist oder womöglich gar nicht weiß, ob er in dem Verfahren involviert ist, meldet sich bitte bei dem AK Jura, der Parkschützer. Der AK Jura und auch die Gruppe der Angeklagten vom 20.06. haben heute und hier auf der Montagsdemo einen Infostand aufgebaut, bei dem Sie weitere Informationen erhalten, an der 1, 2, 3., zwischen der 3. und der 4. Lampe von der Bühne aus gerechnet. Wird da noch ein Flyer hin und her gewunken. Dort informieren Sie sich bitte, ob Sie da betroffen sind und was Sie das angeht. Es gibt da noch eine Liste, wo Sie sich eintragen können für weitere Informationen rund um dieses Verfahren. Und jetzt gebe ich an Stefan Hiss, der etwas überrascht ist, aber schnell auf die Hüte springt. Jetzt gibt es einen Blog mit Stefan Hiss, dann Joe Bauer als unser Hauptredner heute, dann nochmal Stefan Hiss und dann gibt es von mir noch ein paar Infos. Viel Spaß mit Stefan Hiss! hal Quietschen Hiss und 3. unfortunately Sie sind hier Chefe ich hab weekends nach Nach um gla via name zwischen